Ich wollte gerade noch was sagen. Bro, ich habe den Award von Toni. Ich auch, ich habe ihn auch. Soll ich ihn kurz holen? Ja, zeig mal, zeig mal. Ich zeig ihn lieber nicht, weil das ist übertrieben die Spiegel-Trap. Aber wir haben unseren, ihr wisst ja, wir sind das beste Twitch-Duo in dem aktuellen Jahrzehnt geworden. Ich weiß nicht, es war nur letztes Jahr. Aber, ja man. Digga, ich habe ihn noch nicht angeguckt, ne? Ich habe ihn noch einmal aufgemacht. Weißt du, wie so, nein, weißt du, wie bei Weltmeisterschaft oder Champions League oder so, wenn so Fußball, wenn der Capitano so den Trophäe so hochhält? Das musst du, du musst von unten nach oben jetzt so hochheben. Bro, du sollst dich deinen scheiß abgedingsten Riegel da, oh nein. Was genau meinst du? Ja, dass du so, ich mache so, oh, und du musst ihn so nach oben mit beiden Händen so hochhalten. Ach so, ah, okay, also schon raus, meinst du? Ja, ja. Okay, dann hole ich ihn raus. All right, Papaplatte. Papaplatte und Basti GRG, das beste Twitch-Duo 2022. Was? Man sieht mich, man hat mich kurz in der Spiegelung gesehen. Scheiße. Freunde, hier ist er. Papaplatte und Basti GRG, bestes Twitch-Duo. Oh, c. Digga. Wo stellen wir den hin? Was machen wir damit? Ich hab den tatsächlich vor meinen drei Play-Buttons zu stehen in meinem Zimmer. Aber ich hab nicht mal einen. Ja, weil du dich nicht drum kümmerst, glaub ich. Bro, die sollen das einfach zuschicken, die Wichse. Da muss man sich dann erst drum kümmern, wie feinlich. Wer macht das? Das machen ja nur Versager, die dann so Gästen zeigen wollen, hey, yo, hey, ich hab übrigens YouTube-Abonnetten. Ja, vor allem wäre das merkwürdig, wenn du jedes Mal, wenn ein Handwerker hier reinkommt, alle mal abhängst und dein ganzes Zimmer so ausdehnt, als ob du einfach nur ein normales Büro hättest. Nein, Bro, sag bitte nicht, du machst das. Jo, mach ich. No way. For real? Ja.